Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steilers wird das alles in Ordnung kommen. Mathurer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Pottorff. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer schickt sie? Dass sie es wagen, sie meinen Befehl zu unterscheiden! Oh mein, ich hab das einfach gekonnt. Der Biedler hat mit Belogen! Jeder hat mit Belogen, sogar hier weiß es! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haus und niederträchtiger, treuloser Feindlinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrüchen... Du bist das Feindlinge, Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist doch geschmolch des deutschen Falsches! Sie sind ohne Ehren! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu langen, wie man besser Glaube hält! Jahrelang hat das Militärme der Aktionen nur behindert! Es hat mich gehen und nur als wichtigen Widerstand in den Weg geleckt! Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle Höroffiziere registrieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie, und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an, bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer verratgeübter deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte, Gerda, jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie meine Herren glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig! Eher jag ich mir eine Kugel nicht in den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen!